Digga, ey, die wollen alle Markus bei Insidergames rauskicken. Warum? Ich weiß noch in diesem Instagram-Stream um 1 Uhr nachts oder so, wo Maurice alle Teilnehmer irgendwie bewertet hat. Wie? Das war doch nicht 1 Uhr nachts. Das war irgendwie um 10 Uhr. Das war mit mir aber. Ja, und da war ein Bild von dir und er so, Markus, der ist mega korrekt. Und dann bei den anderen so, ja, ich glaub, die werden nicht weit kommen, die wird als erstes rausfliegen und so. Na, aber Baran Ethis, der hat über mich abgelästert. Nee, du hast dann über mich gelästert, Rietze. Du hast gesagt, ja, der war voll cringe. Der Markus in seinem, in, in deinem ersten Podcast. Achso, auch. Aber Baran Ethis, der hat mich sogar gut bewertet, fand ich. Da müssen wir auf diesen Mabern gehen, der hat auch 4 Leben. Ja, ne, der ist auch eine böse Seele. Überleg mal, der hat mich zweimal gekillt. Wie kann man das machen, das Ei? Ja. Oh, der hat einfach 4 Leben, was mit dem? Hä, wieso macht er die ganze Zeit die Blöcke vom Endportal weg? Was sollst du denn mit dem Prämen, Digga? Denkt er, wir sterben dadurch, wenn wir da reinfallen. Der denkt, wir werden dann disqualifiziert. Vom Endportal, das darf man eigentlich nicht. Ich hab's extra zugebaut, damit man nicht reingeht, weil wer reingeht, ist sofort raus. Ja, du musst wahrscheinlich, na genau, deswegen wird er uns reinkicken. Ah. Na, das ist sein Plan. Ja, aber dann wird er raus sein, weil ihr könnt ja nichts dafür, wenn er euch reinkickt. Na genau. Ja, das ist, Digga, es ist uns da hinstellen, genau da vor, müssen wir hoffen, dass er uns reinschlägt. Das kann kommen, Digga, ich mach's jetzt. Oh, ja, nein. Ich hab mich jetzt ja nie so. Okay, wenn das so doof ist. Ich behelte dich, nein, da hat dieser Endport zufällig. Komm, Digga, schlag, komm, schlag uns rein. Nein, mach das nicht. Ich wurde reingeschlagen. Ich auch. Das kann infiziert werden. Jetzt müssten ihm zwei Leben zumindest abgezogen werden. Das qualieren. Ja, wie, Digga, zieh dir mal, zieh dir mal was ab. Ja, der hat jetzt nur noch zwei, und wie viel hat Endport noch? Komm, komm, wir stellen uns nochmal ins Portal. Ich wollte sehen, ob er's nochmal macht. Es wird halt klagen, zwei Nebenwäsche. Oh, nein. Ich stell mich da jetzt nochmal hin. Vielleicht schlägt dich ja Import nochmal rein, da ist er raus. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben der hat. Junge, was ist Import für einer? Ich sage Hallo, warte, und der schlägt trotzdem drauf, weil ich euch TP'n will. Und dann, wenn ich mich einmal Game Out 0 wieder machen will, der geht einfach sofort auf mich drauf, Alter, der kommt mal auf ihn drauf. Ja, ich schieße ihn schon ab. Und baut das mal hier zu. Ja, dann trimmst er zwei Leben weg. Ne, ein Leben, weil er nur Erwie reingeschlafen hat. Nein, zwei Leben. Zwei Leben, achso. Und Marlon hat auch zwei Leben. Obwohl, ne, er hat ja Stick unten nicht reingeschlagen, ist der ja theoretisch raus. Nein, komm, weil ich hab's danach noch geschrieben. Ja, dann durfte auch der andere nur ein Leben abgezogen kriegen. Ich stell mich doch mal ins Portal. Nein, ist egal, ich hab, na komm, weil Marlon war so, er hat euch beide reingeschubst, aber ich hab da noch ja noch geschrieben, wenn man rein schiebt, zwei Leben weg. Und nachdem's geschrieben hat, dann russiges raus. Scheiße. Idiot. Spaß. Ey, na, ich hatte halt die wenigsten Leben, was, äh, ja. Jetzt müsste ich eigentlich Game Out 3 kommen. Ich tue erst mal die ganzen Sachen in meine Starterkiste. Die hat mich wieder reingeschmissen. Wer? Die hat mich wieder reingeschmissen, Impart. Loll. Hast du dich da vorgestellt und der hat dich reingezubst? Ja, wir haben gleich von mir gerade mit ihm gekämpft. Ich bin nicht reingesprungen, wir haben gekämpft, Digga. Ich beobachte das mal von hier. Schreib mal, alle Leben weg für Impart. Ach, jetzt bin ich Game Out. Ja, okay, das ist halt taktisch, was du gemacht hast, Maurice. Ist ja nicht verboten, aber wenn er dich da einfach einschlägt. Sehr schön. Er hat reingesubst. Er hat reingesubst. Ja, ich hab ihn auch ein Leben. Maurice, Maurice, ich bin noch ein Leben. Ich hab ihn reingeschlagen, ich bin raus. Rietze raus. Oh nein. Ich einzig und Rietze raus. Er hat mich reingebaut. Hä? Ich hab ihn reingebaut, ich bin wirklich, ich bin raus. Ja, ach so, oh. Ich wollte eh mal wieder zocken, ich will Champions League gucken, ich wollte noch was essen. Ah ja, stimmt, zwischen um neun gleich. Nee, er hat drei. Impart, sick, ich raus. Nee, es ist eh Impart, hab ich einfach noch ein Leben gegeben, ich kill ihn jetzt. Hä, aber warum gibst du ihm noch ein Leben? Das ist doch so unfair. Weil er es eh schafft. Ich werde ihn noch eh killen. Gern. Ich verfolge jetzt Erwie in seinem Kopf. Alter, okay, der muss jetzt nicht diskutieren, der drei Leben, Impart und ich eins, alter, was will er denn? Wir können uns jetzt schon nicht leiden, sick. Ja, ja. Wir diskutieren recht so mit denen, so, ja, gucken, wir haben ihn reingeschubt. Weißt du, was das Ding ist, Impart hat nur noch halb vier. Ich hab ein Leben, Impart hat ein Leben, er hat dann drei Leben, also der hat mehr Leben als Impart und ich zusammen und er heult trotzdem mal rum. Ja. Impart raus. Ich schreibe auch mal Impart raus. Impart soll er wie 10 Euro zahlen, dann darf er wieder mitmachen. Ich kill ihn jetzt einfach. Gute Idee. Okay, ich TP Marlon. Warte mal. Nein, ich wollte hier reinspringen. Ey, kill mich mal, wenn ich diesmal auf dem Zimmer komme, habe ich die ganzen Items. Ja. Schnauze. Ja. Hat man Schnauze nicht ohne T? Ja. Der kann gar kein Deutsch. Wieso kann der kein Deutsch? Junge, der ist der einzige Thüringer, den ich kenne, der kein Deutsch kann. Wie viele Thüringer kennst du denn? Zwei. Zwei. Ne, Lukas ist noch einer. Lukas, ja. Stimmt. Na und Evil Creepy, der ist ja auch Thüringer. Den kenne ich nicht. Achso, aber da macht er auch hier mit, oder? Also ich hab ihn schon von Namen und so gehört, aber ich weiß, dass er in Tiny Group ist, aber irgendwie mit dem Gerät, beziehungsweise so gespielt hat, das habe ich mit ihm noch nicht. Schiss, meine Hasen. Ah, der war hier auf dem Server, ne? Needs Kevin. Ja, einmal. Achso. Okay, Sky Tickets, oh leul. Genau, perfekt, 21 Uhr. Ich wollte doch noch was essen, fuck. Ach shit. KFC. Verpasst einen Anpfiff. Ne, Gulasch. Ja. Ich wollte schon sagen, Junge, du mit deinem KFC, du isst ja fast gefütet, mal so hoch, wenn ich mitbekommen habe. Der Gulasch holt er sich auch von KFC. Das Hähnchen-Gulasch. Ne, der holt sich Maiskolben beim KFC. Mach ich wirklich manchmal. Ja, ich weiß. Komm, fallen. Ich muss mal kurz die Start-Dev angucken, ich hab voll Angst. Warte, wenn jetzt nur Lewandowski, wen kennst du noch von Bayern? Wen kennst du noch von Bayern? Thomas Müller, Chia Boateng, der hört jetzt irgendwie auf, gell? Ja, bald. Neuer, Süde, Pavard, Kimmich, Sané, Schupo, Muzeng, Goretzka, Hernandez, Müller, Alaba, Coman. Schweinsteiger, Podolski. Ach du Scheiße. Vielleicht gucken wir Michael Ballack und Franz Beckenbauer. Alter, er hat Podolski spät schon. Und Lothar Matthäus. Das ist nicht zu vergessen. Ei. Lukas Podolski, ja, der spielt bei Antalya Sporn, was ein Schweinsteiger ist, hat ihn zuerst bin aus A gespielt, war Karriere-Endweiler. Jedenfalls, als Schatz, wir hören uns, ne? Ja. Ist das selber eigentlich ganz weit online? Ne, das ist Aternus. Ne, aber ich kann dir recht geben, du brauchst mir einfach nur deinen Aternus-Namen zu sagen, dann gebe ich dir recht, es selber zu starten. Ach, hier. Mach das über den Account-Insteiger dann auch benutzt. Ja, ne? Das kann man machen. Okay, ja. Schalzen wir dann. Auf Wiedersehen, ne? Tschö. Dann, tschau. Das wollte ich nämlich immer fragen. Ich habe mit Maurice seit Januar geredet, aber wir sind irgendwie voll quit wegen der Sache Tiny Craft Attack. Ja, ne, du hast ja mal, du warst ja mal vor ein paar Wochen mit uns im Channel, wo du nicht reden konntest. Ja, aber da habe ich nicht geredet, so, aber an sich mit Maurice selber geredet habe ich mit ihm zuletzt im Januar oder so. Ja. Da willst du übrigens auf deiner Insel weiterbauen. Ja, das wäre eigentlich cool. Oh, ich wollte noch Holzklotz spielen. Oh, das ist so ein geiles Projekt. Minecraft Holzklotz 2. Warum schwebst du über dem End? Ich brauche vielleicht noch mal ein Thumbnail. Ja, das ist blöd. Sitzig. Ja. Ja. No. Hey, Loi, ich spawne hier oben. Hä? Ich spawne auch oben auf meinem Turnen. Oh, nein. Weil du wahrscheinlich meinen Spawnpunkt hierher gesetzt hast. Nein. Kommt man doch irgendwie dann zurück? Na, vielleicht wenn ich sterbe. Nee, warte mal. Ich glaube, ich spawne jetzt immer hier. Oh, nein. Ich komme nicht mehr in die Oberwelt. Oh, fuck. Du musst meinen Spawnpunkt in die Oberwelt. Warte mal, kommst du jetzt noch in die Oberwelt? Nein. Kann man hier ein Nether-Portal setzen? Ja, mache ich gerade. Aber nicht manuell bauen, sondern mit dem Befehl. Weil manuell geht hier eh nicht. Kriegst du ja nicht angezündet. Nee. Du musst diesen Befehl eingeben. Setblock. Minecraft. Warte, ich gebe dir Rechte. Dann machen wir das. Ja. Ja. Ja, guck mal. Jetzt kann ich in den Nether gehen. Und von da aus in die Oberwelt. War hier überhaupt schon mal jemand im Nether? Ich glaube nicht, gell? Das sieht übelst aus wie der Nether von Minecraft Horror. Weil das ja auch so ein komisches Biom ist. So, jetzt bin ich in der Oberwelt. Äh, ich weiß nicht, welche Insel das ist. Oh, Leute, das ist sogar meine, oder? Ja, moin, ich habe jetzt ein Nether-Portal dadurch. Einfach zufällig. Das wird jetzt hier generiert. Als kann ich hier wieder meinen Grundst... Äh, meinen Dings hier setzen. Spawnpunkt. Alter, ich höre, Impa dreht mich so auf. Ja. Mein Helm wäre eh da kaputt gegangen, aber das war so unnötig. Oh, hä, wir hatten hier den Fahrstuhl kaputt gemacht am Spawn. Ab irgendeinem Block geht das nicht mal weiter hoch. Da muss man selber schwimmen. Da muss wieder Kelb reingepflanzt werden. Warte, Kelb? Hä? Warum Kelb? Damit die ganzen Blöcke wieder zu richtigen Blöcken werden. Also die Wasserblöcke, weißt du? Hey, Lo, ich wusste gar nicht, dass hier noch Hydronics und so dabei sind. Ja, der war einmal auf dem Server. Aber das ist ja der, äh, Nils Kevin, ne? Der heißt ja so, stimmt, das war der. Äh, Spawnpoint. Oder ne, die anderen sollen ja noch hier im End spawnen, ne? Ja. Okay, dann mache ich das nur für mich. Jetzt habe ich einfach hier am letzten Ende meiner Insel ein netter Portal, ey. Das ist doch geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich gerade Impa zugegeben. Ja. Tod ist er noch nicht, aber... Das ist ja lustig, da wollte er auf mich draufspringen. Ich schaue ihn einmal runter, bam. Ja. Sag mal, ist nicht heute noch... Die gehen beide hier auch nicht, die Themen gefühlt. Ist nicht heute noch ein anderes Event irgendwie? Ja. Welches? Äh, wer das schönste Haus hat. Ach so, wer das schönste hat, okay. Ja, aber mit so wenig macht das auch irgendwie keinen Sinn. Ja. Na, ich fahre erst mal Sand bei mir jetzt. Boah, wie viel Sand ich hier kriege, es geht ja doch relativ schnell. Nice team. Ja, jetzt zieht er einmal auf Impa, damit ich nicht sage. Das ist einfach der blanke Wahnsinn hier. Aber das ist einfach der blanke Wahnsinn.